und über im baum dies kommt kommen und zwar stein wir machen so ein einer Weg eigentlich würdest du auch passen kann das aber unsymmetrisch an nehm ich mal so rum kann ich die Erde wieder hin tun so Erde erde Kies ok ja genau das kommt auf dann brauch ich wieder Kies muss ich wieder weg gehen und wieder suchen oder ich hab irgendwann mal Kies gesehen ich weiß es ah neun Kies ist das viel ich weiß nicht es ist sogar mein Gerümpel erstmal in die Kisten rein hier kommen Stein rein und Kies natürlich alles was Stein ist also alles was auch Stein ist kommt hier rein Kies kommt hier unten hin das kann auch hier unten hin doch dann machen wir schon mal Schilder ich hab oben welche aber ich mach einfach mal ups haben wir hier trotzdem welche hm da kommt noch ein bisschen haben wir auch 6 so ööö mach schon mal wieder Sternchen Stein und Kiste alles bisschen schöner aus ich mach schon mal Steig Kiste hier drinnen kommt Holz rein dann mach schon mal hier Holz Stern Kiste hmm hier kommt Pflanzensachen rein also grünen auch schon mal Garten und da kommt noch Mopsachen rein Mops 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 kommt hier rein Sonstiges Sonstiges warte ich hab die Sternchen vergessen Upsala Sonstiges 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 jetzt hab ich's Sonstiges und mehr ETC Hä Smiley ich hab doch einen schon über ich glaub ich weiß wo ich Dings hab Kies ich weiß jetzt wo ich glaub hier ist jemand implantiert ich glaub ich weiß schon wer es kann nur einen geben der auch an der Welt mal mit drauf war ja was ist denn da achso ich hab Kies gefunden jetzt klatscht er so ganz imaginär genau das verärm' ich ich bei mir bis dann ab jetzt oh ist ja schönes Gefühl grad hier unten zu sein wieviel haben wir jetzt? 30 30 ich werd das ihn niemals mehr finden ja deutsches ja nein ja mh ja 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 hm ja 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 jetzt auf die ganzen Montel sind da ist ein paar Viertelmond ein paar Viertelmond ein paar Viertelmond da 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 genau genau bitte was was das war ja das war ja so hier nochmal die Kies rein ja wir haben noch einen neuen Weg man muss hier noch eine Lampe dran haben wir eigentlich ja wir haben ok ok dann nehmen wir mal kurz ein halb Steps hier dran dann können wir nicht auf den Zaun drauf hier muss jetzt vier oder so eins zwei drei dann muss da hin eins und da hin eins und da hin eins oder ne genau und ich baue eins tiefer da 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 ach machen wir mal kurz einfach mal wieder hoch Mannschaften ran wir gehen gar nicht schlafen ja gar nicht einer Fehler Hauptsaladen hier dran bitte wir müssen mal schlafen kein anderes Aufregen ja gute Nacht kein Muster Aufregen so nur mal schön klafen die Gungen und ja auch guten Morgen da war also sieht ihn im Morgen immer hier so schön aus gut das muss ich das Wecky krabbeln im Verborchen dieser Folge die Lagerhalle ich hab ja versprochen weil ich eigentlich da was anderes hinbaue also was weiter angebaut an der Villa da hinten aber erstmal wo ich das ganze Vorhaben so Holz ich muss hier noch austauschen gegen Gloucetown ich glaube ich gehe später mal eine Höhle irgendwann mal das heißt bei mir nie tja ich habe noch was vergessen und zwar jemand wurde noch viel Woll of Fame drauf an jemanden habe ich noch was gesagt so wie mache ich es am besten ähm ähm Stern 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 äh 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 d Kind es meint Gott zum ersten zwei die Bekommie ha 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 also sie hat die Bosse gehabt vor paar Tagen deswegen und ich bin mit der Gruppe Freunden geht deswegen man nämlich mal hallo hier L bestätig so so immer mal weiter und machen alles zu beckern das sieht nicht so schön aus m m m jetzt bin ich wieder hier folgen und drinnen so passt das hier m m m m ich glaube das ist erstmal so wo 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 ich bin welches Gehör was gegen Arbeit nun die sieben statt voll ich bin nicht lange mit da wo schon gehört wenn wir das enorm jeden Fall kann man das so sehen? Ich weiß, kann man nicht. Also da ist, also ich kann ja, oh Gott, das ist auf jeden Fall. Oh, das Eis ist nicht abgelenkt. Das ist eine Schlucht auf jeden Fall. Aber ich glaube hier baue ich nix hin, also ich baue das Blatt wieder ab, die Erde. Weil der Teich soll ja erbleiben jetzt hier. Und ja, wird auf jeden Fall quach. Sieht auch schön aus jetzt hier, ne? Gut, warte mal ganz kurz so. So, fertig. Das ist auf jeden Fall quach. Ja, ich geh auch noch runter, oder? Ja, ich geh auch noch runter, ok. Aber ich hab bescheuert. Na ja. Gut, ähm. Der Baum sieht auch komisch aus. Richtig so. Und ja, das ist so ein eckiger, ungebachter, ja. Kommst tief. Ah, hier ist der Günther oder Hans. Oder ich hab vergessen, wie er heißt. Oder einfach mal Günther, jetzt reicht es. Das heißt, endgültig Günther.